Sie hören Show Me the Stars von Kira Mohn, gelesen von Marie-Isabel Walke, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Want to rewrite the story of my life? Only broken pencils torn papers around. An fast jedem Schreibtisch in dem offenen Großraumbüro der Globus-Redaktion wenden sich mir die Gesichter zu, als ich an diesem Vormittag beschwingt die Tür zu Jan Bremers Besprechungsraum hinter mir schließe. So wie mich alle angucken, hat er die frohe Botschaft über mein Interview offensichtlich schon in der Redaktion verkündet. Doch die Euphorie meines Redaktionsleiters teilt nicht jeder. Einem Großteil der Belegschaft ist deutlich grießgrämige Skepsis anzusehen. Ausgerechnet mir, der noch nie in den Fokus des allgemeinen Interesses geratenen Liv Baumgart, soll es gelungen sein, an Christina Adkins heranzukommen? Diese irre Schauspielerin, Ex-Kinderstar, die sich seit Jahren in einer Villa am Strand von Santa Monica verkriecht, mit niemandem mehr spricht und mit Reportern erst recht nicht? Das will keinem in den Kopf. Ich habe das fertige Interview erst heute Morgen an Jan Bremer geschickt. Er hat mich sofort in die Redaktion gebeten. Jetzt schwebe ich förmlich zwischen den Schreibtischreihen hindurch. Klaus Maaßen tritt mir in den Weg. Herzlichen Glückwunsch! Nach beinahe 20 Jahren beim Globus ist Maaßen ein Urgestein in der Redaktion und der Mensch mit dem falschesten Lächeln dieser Erde. Wer hätte gedacht, dass ein junges Ding wie sie bereits über solche Kontakte verfügt? Ach, Christina und ich haben uns nur zufällig auf einer Party getroffen. Erwidere ich leicht hin. Bei einem meiner Wochenendtrips. Was junge Dinger eben so tun. Ich schicke ein kurzes Lachen hinterher und achte sorgfältig darauf, daraus kein Grinsen entstehen zu lassen. Klaus Maaßen reckt einen unsicheren Daumen nach oben und wendet sich ab, um seine Verwirrung zu verbergen. Liv! Dana winkt mit beiden Armen und ich mache ein Schwenk zu ihrem heutigen Arbeitsplatz, froh, endlich jemanden ehrlich anstrahlen zu können. Dana ist Volontärin beim Globus. Sie hat keinen eigenen Schreibtisch, deshalb steht ihr Notebook im Moment vor dem Rechner einer Kollegin, die sich für diese Woche krank gemeldet hat. Ebenso wie ich arbeitet Dana auf eine feste Redakteurstelle hin. Doch obwohl ich mein Journalismusstudium in Rekordzeit und mit guten Noten abgeschlossen habe, ist sie mir ein Stück voraus, was dieses Ziel betrifft. In ihrem zweiten Jahr beim Globus hat sie bereits mehrere Ressorts durchlaufen. Im Kulturressort arbeitet sie nun auf eigenen Wunsch. Ich dagegen bin nach dem Studium eher zufällig hier gelandet. Um beim Globus arbeiten zu dürfen, hätte ich sogar die Rezepte-Ecke übernommen, gäbe es eine. Wobei Rezepte vielleicht sogar interessanter wären als die kurzen Prom-Menus, die ich derzeit für die Online-Ausgabe schreibe. Und, was hat Bremer gesagt? will Dana wissen. Zufrieden lehne ich mich an die Schreibtischkannte. Das Interview hat ihm sehr gut gefallen. Natürlich hat es ihm gefallen. Das ist ein Riesending. Dana streckt den Rücken durch, bevor sie sich gegen die rotgepolsterte Lehne des Drehstuhls sinken lässt. Ein Interview mit Christina Atkins, dem abgewrackten Kinderstar, in dem sie auch noch über Privates spricht und nicht nur über ihre albernen Teenie-Filmchen. Ich mochte und irgendwo ich. Mit einer beiläufigen Geste tut Dana meine Bemerkung ab. Schickst du es mir nach dem Überarbeiten zu? Ich übernehme das Korrektorat für dich. Und hast du jetzt noch Zeit? Wir könnten zusammen Mittagessen. Eigentlich hatte ich vor, mir zu Hause eine Fertigpizza in den Ofen zu schieben und beim Essen erst das Interview zu überarbeiten und anschließend die nächsten Prominius zu schreiben, die daneben nicht untergehen dürfen. Aber nachdem mir nach Feiern zumute ist und Danas Mittagspause ohnehin nur eine Stunde dauert, sitzen wir kurz darauf vor zwei Tellern im überfüllten Friedhelms, einem angesagten Hamburger Mittagscafé in der Nähe und bemühen uns einander über klapperndem Besteck und den Gesprächen an den anderen Tischen hinweg zu verstehen. Ich würde diese Info auf keinen Fall draußen lassen. Gerade hat Dana ihre Spaghetti unter einem Berg Parmesan begraben. Du solltest die Gerüchte zumindest anreißen. Eigentlich würde ich lieber von jedem Detail meines Gesprächs mit Jan Bremer erzählen, doch sie ist viel interessierter daran, mehr über mein Interview mit Christina zu erfahren. Ich habe es Christina versprochen, Dana, sie will nicht, dass es öffentlich breitgetreten wird. Warum hat sie dann überhaupt darüber geredet? Das hat sich einfach so ergeben. Dana weiß nicht, dass ich Christina Atkins jahrelang Fanbriefe geschrieben habe, nachdem ich sie in der Serie Lily and Snowflake zum ersten Mal gesehen hatte. Damals wohnte ich noch nicht bei meinen Großeltern, sondern zog mit meiner Mutter, die im diplomatischen Dienst arbeitet, alle paar Jahre um. Christina auf Englisch schreiben zu können, war wenigstens ein Vorteil unseres unsteten Diplomatenlebens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Cracker. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.